Ja, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder? Ja, ist gut. Super Ding. Super Ding. Hier. Ui. Geh. Okay. Möge die Vergewaltigung beginnen. Aber brutalst. Ich hab unten links die Tür. Ich hab... Wir sind auch voll auf dem Kontrollraum. Links ist oben das Fenster beim Catwalk. Da ist einer. Ja. Ui. Skritte. Ich muss auch lauter machen. Hier fast gar nichts. Es kann schon mal keiner von hinten kommen, ne? Das ist nice. Noch einer Kontrollraum. Jo. Überraschungseffekt. Land. Ich geh hier durch. Ajo. Easy. Lock, ey. Ist ziemlich lock, ey. Ist ziemlich lock, ey. Gar nicht mal so übel. Könnte Spaß machen, die Map. Ich frag mich, wie es als Tee ist. Wahrscheinlich eklig. Oh. Geht. Das sind alles Peensern, die sagen, oh die Map scheiße. Scheiße bewegt mir oder was, ey. Sorry. Alles cool, ich bin voll reingelaufen. Haha. Ich molly die Bombe weg. Die ist hier down. Mach pusherie, ne? Ich bin gleich hinter dem. Jo. Er ist bestimmt jetzt bei der Bombe. Ich flash. Äh, ich mein, ich meiste Decoy. Okay, what the fuck. Wo ist der? Oh, der ist hinter mir. Leck mich schon einmal. Was machst du denn das? Ich hab... War der am Spawn noch gestanden die ganze Zeit? Oder war der im Event? Ja, doch, doch. Der muss im Spawn gewesen sein. Ja, und dafür gibt's jetzt erstmal einen Triple Ace in sein Gesicht. Klar. Für diese Aktion noch im Spawn zu stehen. Na gut. Door ist open. Oh. Ich hab der wohl von deinem. Wo ist der? Der Hanslader ist doch ein Lackschwein. Gib mir einen One-Tap. So Hanslader, dann komm mal her, mein Sohn. Der ist am Spot schon wieder. Der hat die Tür aufgemacht. Die Flamme ist aus. Das ist ein Ferkel. Das ist eigentlich gar nicht erlaubt, so was zu machen. Oh. Bin der Kerl. Der hat mir da gerade erst. Das hat grad die Bombe gar nicht gehabt. Ich push wieder da durch. Ich steh mit dem Kontrollraum. Achso, du push durch, okay. Achso, willst du rein? Geh du rein. Nein, 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 nein. Hey, wir wollten abhängen. Du push ruhig rein. Ich dachte, das ist cool, wenn man da so ein bisschen Fireage macht. Dann auch eine Nade schmeißt. Der Clenny. Der Clenny CC. Ich glaube, die sind hier. Ich hab hier erst einen gesteppt. Ich smoke hier jetzt mal. Oh, strafft nichts. Und Hanslader gibt mir wieder One-Tap. Ist er durch? Ja, der ist schön downspot. Nice. Krass, Mann. Der ist einfach durchgetingelt, der Boy. Boiski, 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 Boiski. Der geht anscheinend jede Runde. Unten rechts. Ja. Mich push leider. Bumble down. Das war die Sache. One-Taps. Ich krieg den nicht. Ich krieg den nicht. Ich hab den sogar prefired. Das ist so ein Kauz, ey. Ich bin jetzt ein bisschen in der Klemme. Ich glaube, den Hater hat er gefressen, aber... Also von mir hat er 50. Dann muss er so low sein. Shit, er weiß, wo ich bin. Oh mein Gott. Ist er einfach gesmoked, du Kauz. Oh, der Raum da hinten ist ja auch weg. Oh, Gottes Willen, alter Timing. Aber auf meinem Buckel. Ich zulub dir. Komm zu Papa, Hans Lada. Hans, Herr Gilette, Lada. Hans Lada, ich komme aus Transylvania. Nice. Da ist er weg, der Hans. Diese Ecken, die hier sind, sind auch echt egel. Bei mir. Ah, ich bin den. Nein. Oh. Nice. Wir haben hier gar keine T-Seite. Oder waren? Nee. Hä? Wir werden gleich eine Runde bei T spielen müssen. Und das war bei mir wahrscheinlich... Oh mein Gott. Jetzt geht nichts mehr. Der hat noch 30 AP. Der Fuckboy. Nice, alter. Gut auf. Die kleinen Schnitzel sind so bad. So, jetzt ist leider one sided. Jetzt verlieren wir halt im Nachhinein. Na klar, ist halt nur ein Draw, ne? Ist logisch. Also mir gefällt die Map, muss ich sagen. Ja, ich find's auch geil. Und Kontrollräume wieder. Weiter On-Spot. On-Spot-Rino. Ah ja, Bomber-Rino. Ja, nehmen wir noch On-Spot. Nein, kill ich jetzt. What? Oh, er drückt mir. Ich hab einfach den Headshot nicht hinbekommen. Nice. Ich glaube, der ist zu mir reingelaufen. Ist eine Bombe. Ist ein Frech-Dachs. Nein! 9-0. DJ Noobs, kenn mal so'n Kanzler-Dachlan. Geile Map. Gefällt mir. Schön. Kann man nicht sagen. Da kann man mal so'n 0-9 leichtens erspielen. Mit Leichtigkeit, ne?